Brief A1 Eine Wohnung suchen und einen Kurs machen Schreiben Sie eine E-Mail an die Wohnungsagentur Sparhaus in Frankfurt. Schreiben Sie Grund des Schreibens Sie suchen eine Wohnung für sechs Monate. Sie wollen in Frankfurt einen Deutschkurs machen. Ankunft Anfang März Ich wiederhole es noch einmal. Schreiben Sie eine E-Mail an die Wohnungsagentur Sparhaus in Frankfurt. Schreiben Sie Grund des Schreibens Sie suchen eine Wohnung für sechs Monate. Sie wollen in Frankfurt einen Deutschkurs machen. Ankunft Anfang März Antwort Sehr geehrte Damen und Herren Ich schreibe Ihnen, weil ich eine Wohnung für sechs Monate in Frankfurt suche. Ich möchte einen Deutschkurs machen und werde am Anfang März ankommen. Können Sie mir bitte mitteilen, ob Sie verfügbare Wohnungen haben und wie viel diese kosten würden? Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Ich schreibe Ihnen, weil ich eine Wohnung für sechs Monate in Frankfurt suche. Ich möchte einen Deutschkurs machen und werde am Anfang März ankommen. Können Sie mir bitte mitteilen, ob Sie verfügbare Wohnungen haben und wie viel diese kosten würden? Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Abonniert unseren YouTube-Kanal Aktiviert die Glocke Aktiviert die Glocke Kiinnen und